Das ist Erfolg 4. Seite – Nach Atlantic City Auf der Chaussee Chicago-Cleveland raste in unbegreiflicher Geschwindigkeit ein alter, klappriger Wagen. Wie ein rotleuchtender Gummiball rollte er zwischen Bäumen dahin. Ein Flugzeug hatte dieses sensationelle Fahrzeug entdeckt und verfolgte es. Es schien, als habe der Eindecker, der dicht über den Baumkrone dahin glitt, einen Kinoaufnahmeapparat an Bord. Der rote Wagen überholte jeden Packard oder Rolls-Royce, der vor ihm lag, raste mit einer gewaltigen Wucht gegen eine Chaussee-Dampfwalze, die in alle Winde zerstob, und legte sich gleich danach neben den brausenden Pennsylvania-Express, dem er mit 150 Kilometern Geschwindigkeit standhielt. Von allen Stationen wurde der rote Wagen signalisiert, der mit seiner unerhörten Geschwindigkeit Angst und Schrecken verbreitete. Aber ein Anhalten war unmöglich. Jede Barriere zersplitterte. Bei Gott! Frank und Florian hatten es eilig. Sie glaubten, irgendwo stände ein gedeckter Tisch und wollten zur Mahlzeit nicht zu spät kommen. Immerhin strebten sie in Richtung Heimat, wo es für beide sicher genug zu essen gab. Cleveland war passiert. Franklin, Goshen, Williamsport wurden in Staub gehüllt und zurückgelassen. Dann kam Jersey. Als der Morgen dämmerte, also acht Stunden nach dem Start von Chicago, kamen die obersten Etagen der New Yorker Wolkenkratzer in Sicht. Frank hielt Kurs auf Atlantic City. Er wollte die belebten Straßen der Metropole vermeiden, die ihm nur hinderlich sein mußten. Schon leuchtete die weite Strandpromenade Morris House wie eine glatte Schlange dem daherpolternden Wagen entgegen. Vor einem der gewaltigsten Hotels, die am Meere lagen, zog Frank die Bremse, daß der Wagen vorn kerzengerade hochging. Wohl saß die Bremsachse fest, doch der Schwung war so heftig, daß der aufrecht gebäumte Wagen auf den Hinterrädern noch fünfzig Meter über das glatte Pflaster der breiten Promenade dahin rutschte, in immer noch vertikaler Lage eine tiefe Steintreppe hinunterhopste und, unten angekommen, zwischen bunten Strandschirmen einer Katze gleich, wie man sagen könnte, auf allen Vieren in den weichen Sand fiel. Das war ein noch nie gesehenes Husarenstückchen. Die hier in Luxus lebende Welt kam aus ihrer blasierten Ruhe heraus. Frank und Florian waren noch etwas weiter geschossen, aber nur, um schnell an die noch dampfenden Reste eines eben verlassenen lukulischen Frühstücks zu gelangen, das auf einer runden Japan-Lackplatte im Freien nach Picknickart serviert war. Endlich hatten sie ihren gedeckten Tisch, um dessen Willen sie es so eilig gehabt hatten. tleisen d kill t d n de k d Vielen Dank.